Das ist auch in einem anderen Stockwerk. Das ist vielleicht hier. Ich finde es unglaublich verwirrend bei der Karte. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Das heißt jetzt für mich, wie komme ich denn da jetzt hin? Mit der Leiter, aber die ist ja... Doch müsste ich mit der Leiter hin. Okay, ich bin jetzt da oben und die Leiter ist da. Ich wollte die... Nicht anzünden. Nicht anzünden. Das wird jetzt geil mit der Fackel hier. Da schreit ja geradezu, dass das Buffet eröffnet ist. Oh, das wäre aber schade, wenn Juni sagt, dass sie dir geht. Ja, man muss halt immer beim Film aufpassen, was man halt filmt. Deswegen habe ich halt Boden gefilmt. Damit sich da nicht irgendwelche Menschen plötzlich hier genötigt fühlen. Moment, wo ist die Leiter? Da. Ähm. Ich finde die Leiter nicht. Übergangspatienten, die ihre Kuhnummer und Andockzulassung angeht. War ich jetzt gerade blind? Ich hoffe, das kommt jetzt nicht gerade um die Ecke. Ich finde es relativ fies, dass es dich beim Speichern umbringen könnte. Backseat-Jugend finde ich süß. Aber you darf Backseat-Jugend. Ähm. Gut, ich habe gespeichert. Ich bin jetzt mal wagemutig. Wo soll denn diese Leiter sein? Die nach oben geht. Laut Karte stehe ich direkt davor. Was? Oh. Sie wagen. Warum sehe ich die nicht? Bin ich doof? Public viewing. Leute, ich komme mir vom Spiel gerade ein bisschen verarscht vor. Ich glaube, es hat mich gesehen. Oder? Nee. Ah! Ich habe es gesehen. Es hat sich so angehört, als wäre es hinter mir. Ach so, Rennen verursacht Lärm. Ja, da steht es ja auch. Aber es ist okay. Ich habe gespeichert. Ist alles in Ordnung. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da hinkomme. Ach, die Leiter war hier, oder? War das nicht hier irgendwo? Kann ich nicht hier von irgendwo runter, von da... Kann das das sein? Äh, nee. Das ist mal. Ist irgendwo was an der Decke? Also Leute, laut Karte stehe ich direkt vor dem Symbol. Leiterzugang. Diese Anlage sind Synthetenkrankenpfleger tätig. Falls Sie lieber von einem Menschen versorgt werden wollen, melden Sie dies bitte. Wo soll das denn sein? Oder muss ich irgendwas aktivieren? Muss ich irgendwas aufsprengen? Soll ich denn hier rauskommen? Ich brauche diesen Leiterzugang, weil dieser Leiterzugang führt mich, ich meine, ja eine Etage höher. Aber wie komme ich an die Leiter ran? Ich habe noch keinen, ich habe noch keinen anderen Zugang in die Wand gefunden. Und es gibt hier auch keinen anderen Ausgang. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Was? Was? Oh, da sieht man jetzt auch das Feuer durch. Das ist ja nett. Nettes Detail, aber... es führt mich nicht weiter. Also ich bin hier runtergefallen. Das weiß ich. Da komme ich aber nicht mehr hoch. Ich meine da... Ich sehe ja auch nichts an der Decke. Also es wäre eigentlich hier. Hier. Ich gucke fast hier. Ups. Da. Ich gucke jetzt drauf. Hier ist eine Leiter. Leiterzugang. Besuchern ist das Rauchen unter Sand. Hier sehe ich nichts. Da ist ein Schacht, wo es Elgin mir auf den Kopf fallen kann. Kann ich hier irgendwas aktivieren? Ich habe was übersehen. Feuer in sekundären registriert. Not wird eingeleitet. Ach. Ich habe das Feuer abgestellt. Das ist ja nett. Klingt mich jetzt aber nicht wirklich weiter. Hm. Hm. Handy, hilf mir. Wo muss ich hin? So, wir haben das. Wir haben das. Das war mit der Schlüsselkarte. Das haben wir hier. Hier ist Feuer. Das Feuer haben wir. Wir haben den Raum. After going through the corridor and avoiding the alien, enter the room on the left. You'll see a safe console. Dasema, Molotow blueprint and the terminal. Use the terminal to see the code for the locker. You can also close the safety well to put out the fire. You'll find the code under Morley update and codes. Exit the terminal and open the locker on the wall. We'll see you next time. Übergangspatienten müssen ihre Crewnummer und Endaufzulassung angeben. Ich meine, die haben das Viech echt gut animiert, muss man sagen. Gibt es mehr als eins? Oder kann das teleportieren? Hast du doch gerade eben erst da reingesprungen. Wie schnell zur Hölle ist denn das? Was? Ach, das da. Äh. Was ist die Nummer? Äh. Samuels, bin schon unterwegs. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet, dass man das Ding aufmachen kann. Ähm, jetzt habe ich aber eine Schlüsselkarte, das war der falsche Knopf. Aber was bringt mir denn jetzt die Schlüsselkarte? Gauza cosplayt U-Land, äh U-Land, Entschuldigung. Ah, die Tür daneben dran. Okay. Stimmt, da ist noch eine Zonetür. Ich sollte nochmal speichern, das Problem ist nur, er hört halt das Speichern auch, ne? Oh. 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 Hier ist alles im Eimer, Serio. Jetzt. Hier ist alles im Eimer, Serio. Da ist vermutlich eine Karte. Da. Das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Menschen hier besser finde. Nein. Na los, du Schäfstest. Wer hat da grad eben geredet? Hilfe? Also? Was war ich? Was war ich hier? Nichts. Gut. Oh, schön. Hier könnte mir das Alien direkt auf den Kopf fallen. Ah. Das finde ich gut. Hey. Versuchen ist das Rauchen untersagt. Achtung, das will ich jetzt mal sehen. Schade. Ich fand es so cool. Ist hier noch jemand außer mir? Guck dich an und richtig die Waffe auf mich. Nee, ich bin nicht da. Ich hätte versuchen können, ihn zu erschießen, aber wir wissen alle, wie ich schieße, nämlich gar nicht. Jetzt musst du da wieder hinlaufen. Wo bin ich? Da bin ich. Okay, bevor wir da jetzt nochmal hinlaufen, muss ich aber tatsächlich nochmal aufs Klo. Die Stunde ist wieder rum. Piu, piu. Ich muss nochmal kurz aufs Klo. Und dann probieren wir das Ganze nochmal. Und mal schauen, ob ich mich das nächste Mal mehr unsichtbar machen kann. Aber das ist ja noch mal. Und dann können wir das ja auch noch mal hin. Und dann gehen wir das nicht. Und dann gehen wir das ja mal hin. Vielen Dank.